In Gang finden ich wieder fünf neue Nebenmissionen. Ja, vielleicht sind wir jetzt richtig. Uh, wadi wadi. Ja! So, gibt's hier irgendwas? Oh? Oh? Immer. Zumindest heißt das, wir können da hoch. Hey! Camping Gear. Dann füsche. Es sieht aus, dass es etwas hinter diesem Tarp ist. Ja. 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 Ich false sie habe. Ich bin super z radius. Nach dem like, welchen Termin. Ich bitte nicht den Emberen. Marlon. Es geht jetzt. Für mich das созд Boeing. Dann werden wir los быстро wegigkeit questionen, weil wir nicht auf die Ruheielen sah haben. been unter. Ja, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. The air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. Uh, I'm sorry. May I remind you? You got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Hey, Lloyd. Moreland. Not a stranger anymore. Hehehe. Blau. Come on. I got the original Schematik over here. Oh, um. What, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? 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 I don't mind him. Ohhhhh. What's so important down there that you'd risk your life? Uh, uh, well, ahem. Ah. Moreland, I'm not interested in salvage, ok? Whatever you find below is yours. Well, alright? Dann was ich dir, dass wir uns für die größte Schöne geschenkt haben, von einem Mann oder einem Maid geschenkt? Ich würde sagen, zu dem Punkt kommen. Nein, schade. Ich mag es. Behold, ein Ember. Sieht wie ein Stückchen. Jetzt, ja. Aber mit einer richtigen Sparke. Diese großartige Schöne der alten Schöne schildern in der Luft. Und die Räume unter uns sind voll von ihnen. Ein Feast für die Augen, außer Description. Das ist meine alten Gramps. Wie hat dein Vater diese Ember? Er war hier. 40-odd Jahre. Er war einer der ersten, um eine Delving-Party in den Westen zu führen. Er hat die alten Stadt um uns herausgefunden. Er hat die Dämpfe dieser ganzen Strukturen gefunden. Er hat die Halle hinter mir gefunden. Und die glückenden Emberen gefunden. Er hat so viele, wie er konnte und sie nach Hause gebracht hat. Er wollte immer zurück und mehr bekommen. Aber, naja. Er hat nie die Schöne geschenkt. Ich darf nicht vergessen, wo ich eigentlich hinwollte. Er hat die Emberen benutzt, um eine Show zu machen. Eine, die der Welt nie gesehen hat. Sollte wie ziemlich ein Mann. Er war ein wahrer Delver. Ein wahrer Showman. Und ein wahrer Showman. Und ich vermisse ihn. Aber ich werde ihn stolz machen. Ich werde die Emberen sammeln. Und ein Spektakel, das sogar sogar ihn überrascht hätte. Mit deiner Hilfe. Natürlich. Aber natürlich mit meiner Hilfe. Wie tief ist es? Kann ich nicht einfach schwimmen? Nur wenn du Gilles hast. Du kannst 50 Keg in diesen Schaft. Lass es in der Ocerum, um etwas in Kegs zu messen. Ich spreche mit liquide Dämpfe. Ich würde sagen, es ist gut. Nachdem nicht. Es ist zu tief, um meine Brüche zu halten. Wer macht denn so was? Und ... So, diese Embers ... ...projektivma können? Päinten. Läuen. Das ist fantastisch. Der hat die Schönheit derulach Presidenten gesehen. Er gewöhnt immer den Schaft. Den Wolfram. Ich habe ihn vorstellt. über 100 Mal als Kind in meinem alten Gramps-Workshop. Was hat das passiert? Über Zeit, sie sterben. Was? Ich grüße, den Tag, dass dieses Licht verletzt. Aber es gibt viele mehr unterhalb. Wie Sie sehen, wenn Sie da unten wie ich, und meine alten Gramps vor mir. Ach was, wir gehen einfach hin. Genau, alle Teile suchen. Wo ist das? Sammle die Maschinenteile. Besorge die, ähm... Ne, erstmal, wir gehen zum Jagdbedarf. Machen wir die Mission hier weiter. Ich will jetzt nicht die Mission hier machen. Wenn die schon wieder abgelenkt werden. Ja. Ja. Ich war... so nah. Wir gehen weiter. Ja. Lassen Sie alle diese Nase hinter. Dann komm her. Ja. 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 Ich hab das gehört. Ähm... Ne, ich wollte eigentlich noch... Sie ist bereit. Sie ist bereit, zu engagieren. Und zwar möchte ich dir... Oh! Oh, was ist das denn? Dieser Kot-Streckenbogen der Tanaks verschießt Klebeladung, um Gegner zu verlangsamen. Seine leichten Pfeile haben es in sich und sind gut geeignet, um Ziele taumeln zu lassen, um dann niederzuschlagen. Ähm... Das ist neu. Ähm... Schock- und Abrisshäckslack. Oh, die möchte ich haben. Oh Gott, da brauche ich nur noch Metallscherben. Nein. Rohstoffe. Ah, das reicht natürlich nicht. Gucken wir mal, ob wir... Spur und Gewebe. Was ist das denn hier? Wir haben ein Berserker-Aufbau. Müh. Oh. Hm. Die könnten wir verkaufen, weil die sind schwächer. Ich verkauf jetzt mal die schwachen. Mal die schwachen verkaufen. Sobald wir mehrere haben. Vierer plus Vierteler verkaufen wir die alle drei. Verkaufen wir die drei. Verkaufen wir den ein. Fünf Feuer. Verkaufen wir davon ein. Vielleicht kriegen wir das Geld ja zusammen. Vielleicht kriegen wir das zusammen. Das ist 10 plus 8 plus 9. Mal die plus 8 und plus 9 nach. Und das gleiche Spielchen nochmal hier. Und da haben wir nicht so viele gleiche. Vielleicht haben wir das ja jetzt, ja? Oh. Klebebogen. Warte, ich habe so viel Waffen. Ich will gar nicht wissen, wo die die alle verstaut. Oder doch will ich. ja, Kumpel, das sind halt meine Gedankengänge. Ja, Kumpel, das sind halt meine Gedankengänge. Ja, ja. Nein, ich will die nur kaufen. Und wir sind schon wieder pleite, ey. Und bye-bye. Ich lasse dich alleine. Geh uns ein favor. Lass uns alle alleine. Ich dachte, wir wären endlich weg von diesem Ort. Na gut, dass Aloy kam. Ähm... Was waren die andere Quests? Was war die Hauptquests, na? Hä? Ach, ich muss das machen! Gut. Gut, gut, gut. Jetzt hier oben noch was. Hebel. Und ne Kiste. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Wird das andere ganz belaufen. Warum ist das hier draußen? Er ist dahin. So, die Drohne interessiert mich nicht. Hallo und bei. Das Feuer da haben wir schon. Können trotzdem nochmal speichern. Jetzt gar nicht, wozu ich diese knackiger Stachelheime brauche. Wäre auch ein toller Spitzen, aber für ein nicht ganz jugendfreies Körperteil. Also, das ist, wo Morland sagte, der Hörd würde sein. Ich muss auf die Straße gehen. Ich muss den Stachelheime holen. Ich muss den Stachelheime holen. So. Irgendwo hier. Suche nach Spuren. Da. Da. Die Träume sollten mich zu der Hörd. Fragt sich nur welche Richtung, ne? Ja. Einmal schön im Kreis laufen. Check. Check. Pflänzchen. Check. Check. Gucken wir mal, ob wir den anderen Bogen nehmen können. Warten. Klebemunition. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt brauchen. Die möchte ich nur für diese Hüpfiger. Ähm. Hmm. Das war ein Scharfschussbogen. Mal gucken, ob ich genug Munition dafür herstellen kann. Ähm. Ja. Diese Viecher hier? Was kann erbrauchen denn? Wie die Maschinen laden? Löschwasser kann ist der Gräber. Okay. Der Rücken ist gegen Löschwasser. Allgemein gegen Scharfschmerzen. Schock. Also Löschwasser und Schock. Sehr knapp. Boah. Dieser Sand stammt wieder. Das ist ja wieder so wenig. Mehr Maschinen? Die sind erst. So. Sprengschlaube. Nein. Stolper fallen. Sprengschlaube. Echol. Pfeifare. Hör. Echol. Sprengschlaube. Das ist einfach. Ähm, wohin? Dahin? Ich seh wieder mal nichts. Okay, got them all. Where did the hell go? Sicht 0. Aber die Frisur hält. Oh, da vorne ist eine Herde. Und da müssen wir natürlich hin. Verstecken? Oh Alter, ich seh den natürlich nicht. Voll. Ja komm her. Schneller, schneller. Ja. Danke. Liegt hier noch was rum? Ja. Was? Oh Gott, ich muss die unbekannte Brüllrückenherde. Ja, da muss ich hin. Ja, da fliegen wir sich dahin. Das sieht aus. Es sieht aus wie die Herde, die zwischen den Sandspiralen sind. Ich könnte das zu meiner Advantage benutzen. So. So. Was hilft gegen den her? Oh ja. Ähm. Angriff entfernen. Brust. Und die Antenne. Und die Antenne. Und die Antenne. Und noch mehr ist die Brust und die Antenne weg. Außerdem will ich mich gerne verstecken. Ordn. Och das hört sich nah an. Oh. Das ist auch das große Terror aus gleichsam. Nee 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 gray以上 auf der EU Wo war denn das Verstärkungs-Dings da? Äh, hör mal, wie soll ich denn das treffen? Wo ist das denn? Das hier? Ob wir es nie in, was? Ich glaube, es ist ein bisschen kalt, aber es ist auch nicht da, wie soll ich denn das machen? Na gut, halt, warte mal, bis der da weg ist. Hm. Na komm. Dankeschön. Da ist viel zu flink. Der war viel zu flink. Ja. Bitte scannen Sie mich nicht. Dankeschön. Oh, ich glaube, jetzt hat er mich hier sehen. Oh, der ist kaputt? Ich hab gar nicht mit schüttelt. Ich hab gar nicht mit schüttelt. Ich hab gar nicht mit schüttelt. Gib du den anderen. Ich hab gar nicht mit schüttelt. Ich hab gar nicht mit schüttelt. Was kommt dir denn jetzt hierher? Der ist doch noch so nah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bitte weg! Bitte! Bitte! Oh Gott! Das war mir ein bisschen zu viel Körperkontakt. Was stimmt das auch? So, jetzt dürfte da mal beide reinlaufen. Oder direkt vorbei, das ist auch okay. Oh Gott! 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 Oh Gott, das ist square. Das war's. Okay, better. Okay, better. Okay, better. I'm gonna take more. What did you do? I should check if one of these machines has an intact membrane. Hmm. Ah. Tunner, 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 tunner. The kneecap. Good. Okay. That takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Morland's diving bubble. Oh. Erst du. Erst weiter weg. Erst du. 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 Das war's für heute. Ton der Tränen klingt aber auch geil. Äh, Schrott verkaufen wir sonst. Ja. 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 Wow. Da ist ein Marvel. Known Ya. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming i don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that cause malfunctioning the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. No, we were detected. But suddenly. Nur die Dänzungs-Lüten um uns verändert haben. Zu Beginn gab es viele Bilder, Frauen und Coins und Essen. Und dann, plötzlich, sie verletzten. Nautical. Wärme. Fisch. Es war ein Flasch von Rot. Und das Rohr der Wasser entlang. Wärme. Wärme. Ein Flasch von Rot? Ein Flasch von Rot. Von einem Spot. Near die Gräte auf dem Boden, wo die Wasser durchsucht. Wie ein Beacon. Oder eine Warnung. Danke. Das könnte helfen. Ich hoffe, dass es so. Und gute Glück da unten. Okay. Zeit, zu sehen, ob das funktioniert. So. Mal gucken, ob ich jetzt hier runter darf, wo ich jetzt bin. Sieht man das Ding? Oh, geil. Oh, spielt das jetzt so Kopfbrumm? Ja. Das sieht aber schon sehr geil aus. Weil ich Tauchmechaniken mit Controllern in solchen Games immer so halb gut finde. Aber das sieht auch schon geil aus. Kann ich den von hier? Kann ich von hier. Hm. Stanley Chen. Genau hier fing es an vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Allen. Ich muss die Lichter ausschalten. Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Tja, ein Traum muss sterben. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Oh, das sieht so geil aus. 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 Unter Wasser Casino. Ey, so genial gemacht. Oh. Lesen wir das? Das sieht so geil aus. Nein. Das sieht so geil aus. So gut gemacht. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Was machen wir jetzt? Das sieht so geil aus. Und da hier so viel Kletterzeug ist, wird das Wasser bestimmt davon abgelassen. Das war's für heute. Das sieht aus wie ein Licht aus. Poseidon ist hier, irgendwo. Und wir finden, wo es schiebt. Oh! 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 Oh, das ist hier. Das ist großartig. Und alles ist in der Dome. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott, ich würde ganz schneller Oh Mary, rote Licht Versteck Ja bitte Es sieht aus, dass ich ein paar Pumpnode erstellen muss According to the map, sollte es ein Accesspunkt für den ersten Node, süd von hier sein Südlich von hier Ja, gut Oh, da steht ja oben, hier Süden Gut Tarntang Erstmal sammeln Das ist Tarntang Oh Gott, die Mechanik ist unter Wasser ja nochmal schwerer Da hinten Trotzdem muss ich hier durch Ich würde jetzt erstmal markieren Gott, ey, das ist aber auch so der farbliche Overflow Ist ja alles am leuchten, alles Er quiekt da mal wirklich Hilft mir aber nicht Hier kann ich natürlich auch keine werfen Wie sollte das auch gehen? Oh Gott, ich sehe nichts Oh Gott, der ist natürlich Ja, hallo Das ist das große Ding Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh Gott Oh Gott Das ist nichts Auch nicht Ich kann nicht Ich kann nicht auf die Straße von hier Vielleicht ist es etwas, was ich kann, um rauszunehmen ing Das ist etwas, was das ist Ich will jetztbekommen Nicht Nope. Was war denn das für? Da hinten? Ja. Oh, wie praktisch, da kann ich gleich gut. Da. Einen Nod herunter. Wollt ihr zurückfliegen und den Akzesspunkt für den zweiten Nod? Moment. Oh Gott. Ja. Da gibt es die Abkürzung. Shortcut, maybe? Das sieht so aus. Ja, doch. Hier ging es ja noch weiter. Oh Gott. Nee, hier gab es tatsächlich so eine Truhe. War toll. Gut. Das ist doch wieder jemanden. Was ist das Map? Der zweite Nod sollte auf der anderen Seite wieder sein. Und wieder den ganzen Weg. Was ist das hier? Hatten wir das schon? Ähm. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Oh, der hört sich nah an. Ja. Oh, der hört sich nah an. Bitte schwimm einfach vorbei. Bitte schwimm einfach vorbei. Bitte schwimm einfach vorbei. Ich muss mich nach der zweiten Nod. Bitte schwimm einfach vorbei. Ja. 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 Frau. Das ist einfach so. Hier ist bestimmt der nächste Knoten. Ohpala. Wieder falsche Taste. Da machen wir gerne. Hier geht es natürlich wieder nicht hoch. Moment. Ja. Schalte einfach den zweiten Knoten ab. Kein Wasser mehr für die Brunnen, keine Chance mehr. Es hat sich ohnehin niemand gewürdigt. Es hat sie ohnehin niemand gewürdigt. Ich werde nie die große Neuöffnung der Stadt vergessen. Die Brunnen waren seit Jahren trocken. Niemand hat erwartet, dass sie wieder laufen. Als die erste Frontäne der Kuppel zu sehen war und dazu die Musik, feierte mein Herz mit. Diese Stadt hat mir mal meine zweite Chance gegeben. Jetzt hatte sie auch eine. Jetzt hatte sie auch eine. Just shut down with secondary note. Jaja. Oh. Ich brauche mich da, oder? Ich brauche mich da, oder? Hätte man natürlich besser zählen müssen als ich. Äh. Das bewegt sich nicht, ne? Ich warte nicht. Ja. Vielleicht ist das Däbri, die es schlägt. Ich habe mich voll aus. Du hast bereit nicht, was ich festgestellt habe. Ich gehöre sie Fassungsfrei. Ich bin jetzt. Jetzt muss ich einfach in die Schmerzung in die St Hitler-Ab��ung. Ich habe die Schmerzung zu verleutachten. Und wieder zurückkehren. Ah, wieder den ganzen Weg zurück. Jetzt, 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 haben wir Zeit. Das war so klar. Süden, Norden, Süden. Waren der jetzt? Der hört sich ganz nah. Ja, hallo. Oh, der muss noch nicht sehen. Oh, Crap. Wehe, du hast mich gesehen. Jetzt ist auch noch die Batterie fast leer. Aber da ich sowieso nicht mehr so lang mache. Bitte schon vorbei. Schon wieder so nach. Oh. Oh. Oh, umfuhier. Oh, Gott, ey. There's red light in that tower. Gutes Licht. Ja, geil. Hier ist alles am Blitzen und Blieben und Leuchten. Aber da ist... Da sieht es wieder nach Haus. Und da sind Gegner. Und direkt hinterher. So, und jetzt kommt der von links auch noch an. Wenn der weg ist, können wir durch. Oh, jetzt fragt sie natürlich noch. Was ist das hier? Ladenpunkt? Den habe ich aber ziemlich weit gescannt. Ach, ne. Nicht, wenn mein Controller fast leer ist. Jetzt im Nachhinein? Okay. Ist das da wirklich richtig? Das sieht eher aus wie... Oh Gott. Wir müssen irgendwo... Nach rechts? Da hinten? Oh, da oben drin. Gut. Gut, dann hat sich das erledigt. Gut, dann hat sich das erledigt. Bunkert hier. Ja. Okay, wir sehen, was hier ist. Und ich fährd kaum wieder. Uh. Wie? Okay, was ist ein Labyrinth? Okay, was ist ein Labyrinth? Uh, blind. Okay. Das sieht ausreichend. Es sollte ein Konsole hier sein. Ja. Das sieht ausreichend ausreichend. Da. Zeit für den Ort ausreichend. Ja. 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 Das ist es geschafft! Okay. Jetzt kann ich mit dem Maschine schützen die Tür auf der anderen Seite des Dome. Und nachdem ich überrascht, kann ich auf der anderen Seite auf der anderen Seite des Dome. Poseidon. Spiegel. 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 Spiegel.